Jo Leute, Willkommen zu einer Runde Rage Mode, wieder mit Simon und Marcel Guten Tag Und ähm... Das ist ähm... So warte mal... Alter, was ist denn hier los? Ich steh hier, ich werd beschossen Ha! Ich bin tot, was ist das? Nein! Dreaming ist verboten, warum lebe ich denn wieder? Das ist doch falls ob! Weil das quasi...TDM ist Naja, eher Freefall Äh, ne, ne, ja, ich wollt grad sagen Freefall Ey, schieß mich mal nicht ab Warte, warte mal kurz Mann, warte noch mal Ich wollt erst mal... Nein! Mann, du Pisser, ich... Oh! Ich bin grad auf einer Killing Spree, Alter Ich hör mich tot Warum kann ich eigentlich nicht laufen und dabei schießen? Alter! Das ist aber nicht das 2 Das ist... Hier fehlen die Hühner Definitiv Boah, Junge, hab ich dich weggeholt, hast du das gesehen? Ja, also ich verstehe wieso Rage Mode Weil ich mich bei solchen Sachen immer tierisch aufregen kann Ach, ich bin grad nicht geswitcht Attacke! Ich hab grad einen geneift! Von einem Genife Runner immer Alter! Ach, der Bogen ist meine Pistole? Was ist denn die Axt? Äh... So gesehen... So gesehen... Oh ne... Ich hab dich doch glaub ich auch gefehlt, oder? Verdammt! Ja, hast du... Als ob die ja eigentlich alle wissen so, wo was ist, Alter Äh... Mit der... Axt... Ähm... Das ist quasi dein... dein Wurfmesser aus... aus COD Ach... Das... Das hab ich grad auch gesehen Und wenn du damit... Wenn du damit gehittet wirst, verlierst du halt Punkte Ach so... Ja... Man sollte auch nicht versuchen mit seiner Hand zu schlagen, ne? Oh! Alter, ich camp jetzt einfach hier Ach, das ist so wie Gun Game, oder was? Ne, nicht so wie Gun Game Wirklich eigentlich nur... Alter, wird man auch zurückgestuft, wenn man... Al... was? Ach, ist schon vorbei? Wer hat das Spiel gewonnen? Hier, die haben locker geteamt, die haben... Hamster! Alter, ich bin auf Platz 4! Ihr Loser! Ah, ich bin... Ich bin höher! Das ist geil! Ach so, okay... Okay, zweite Runde hinterher, oder? Ja, würde ich sagen Dann bleiben wir... Nehmen wir... Nehmen wir Raid So, Raid, das kenn ich doch noch von COD Alter... Äh... Ja... Ach, von Black Ops... Äh... Zwei! Ja, genau Mhm... Klasse Game Da kommt man aber hier durch die Scheibe gehen Das kann man jetzt nicht... Pfff... Ex... Feiern! Ich hab einen getroffen, Alter! Ah ne, doch nicht... Deine Kills... Minus 25% Alter! Ja, Mann! Weißt du, ich werd die ganze Zeit nur von dir getötet Boah, jetzt... Jetzt bin ich drin, jetzt läuft's! Boah, wo wurde ich denn jetzt umgebracht? Hehehe... Ja, ich glaub, man muss sich da erstmal so ein bisschen rein... Natürlich kämpste da... Geh weg! Ey, ja natürlich, das... Das... Das war so früher... Ey, warum kann der seine Wackenacken? Als ob der halt als erstes geschlagen hat... Die Axt kannst du werfen, ne? Kai? Die Axt kannst du werfen? Die Axt kannst du werfen? Der weg! Der hat grad einfach geblockt! Und ich hab den abgeschossen! Ja, als ob er da spawnt, der Hund! Ich hab ne Nemesis-Key mit der Axt gemacht! Aber ich hab ihn geholt, Alter! Ich hab ihn geholt! Hier komm ich nicht hin! Man hat ein Schild auf Rechtsklick mit dem Schwert! Ja, aber das blockt nicht so viel! Doch, das blockt die Schüsse! What's up! Ja doch, ich konnte den grad nicht ab... Du kriegst halt schon Schaden, aber halt ganz gering nur! So! Alter, ich hab schon vier! Boah, hier rasier ich ja richtig! Ja ne, die Runde ist nicht so meins! Fünf! Hä? Alter, what the fuck! Das bringt mich ja mehr zum Ragen, als das richtige COD auf der Map! Alles klar, jetzt bin ich drinnen! Geh weg! Mein Pfeil buggt immer so rum! Der fällt immer so runter und schießt dann erst die Explosion ab! Get raked! Guck mal, die Spiele im Team! Das sieht man richtig! Get raked, son! Die reporte ich erst mal beide! Ja! Als ob das kein Teamplay war, Alter! Ohne Witz! Ich hab's genau auf Video, Alter! Ich save! Wichse, Alter! Ich hab's doch genau gesehen, Alter! Ich hab's doch genau gesehen, Alter! Erstmal report schreiben! Erstmal, er schreibt jetzt erstmal an! Was, was, was? Wieso ist der so schnell? Lass's mal bei der Polizei einreichen! Anzeige ist raus! Alter, hier läuft so'n Typ hier rum mit so komischen Boots! Der ist mega fast, Alter! Man hat auch nen... Man hat auch nen Shop oder sowas! Ja, bei nem Emerald! Ach, was! Ich hab nicht genügend Emeralds, um mir nen Airstrike zu kaufen! Alter, ich hab neun Emeralds! Dann kann ich mir... Und ich hol mir jetzt mal nen Airstrike! Oh, tot! Hab mehr als meine freshe Rüstung geholt! Also hab ich einfach sterbe! Der hat nicht mal geschossen! Der hat das Schwert draußen! Ich bin einfach vorletzt! Ach, ja! Alter! Wie oft sollen meine Kills eigentlich noch minus 25% bringen? Mann, jetzt bin ich voll raus! Ich hab mich selbst von meiner Waffe getroffen, ne? Ah! Ich wollt' noch nen Airstrike ballern! Wolle ab, Bruder! Achso, das geht gar nicht... Das ist nicht meine Runde! Das geht um Kills und nicht um Zeit! Oh, mit dem Bogen kannst du die Glasscheiben kaputt sprengen! Hier, den reporte ich nachher! Warum, 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 warum bringen meine Kills die ganze Zeit minus 25%? Was, was soll das? Ich hab' dir gar mit dem Bogen geschlagen! Warte mal, wie viele Emeralds kostet das 10! Alter, ich spore nun! Ich bin tot! Boah, jetzt kann ich mir nen Airstrike leisten! Pass mal auf! Den hole ich mir direkt! Wie kriegst du die ganze Menge mit, Alter? Ah, geil! Boah! Alter, ich hab grad nen Airstrike gehabt! Hast du was gekillt damit? Wahrscheinlich nicht, was? Ne, ich wusste gar nicht, wie's geht! Du kannst nur auf rechts TNT runterballern! Alter, was ist das? Ich hab' die scheiß Bitch doch mit dem Pfeil getroffen! Das hab' ich übrigens gesehen! Ja, ich hab' die getroffen, ne? Ne, ich hab' gesehen, dass du gestorben bist! Warum wurde ich grad zurückgesetzt? Ich hab' wahrscheinlich mit einem anderen Axt getroffen, ne? Ne, ich hab' nur noch 5, ich hätte vorhin 7! Ich hab' 11 Airstrike! Hä, warum hast du jetzt nur noch 11? Warum haben wir alle nur noch weniger? Hä? Mein Airstrike hat nicht funktioniert! Ich hab' schon mehr als 4 Leute getötet, als das kannst du dich erst stählen! Ja, wir wurden irgendwie grad' zurückgesetzt! Und die hier, ne? So! Traumloses und gespeichert! So, der ich mir erstmal hier... Wir werden erstmal geportet, Alter! Hast du ja erstmal gespeichert! Ich geh' ja erstmal auf Video! Okay, dann... Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal! Tschüss! Ciao, ciao!